...und ist dann heiß hier rübergekommen und hier vorne ist eigentlich immer da drei gute Beine, wo wir umgeben, wo wir hatten, und wir nehmen ja aus nur die Kollen und das Filet aus dem Rücken und so, und dann kriegen wir den Rest. Wir haben zum Beispiel jetzt im letzten Jahr angefangen, dass wir nach Platz Bero. Genau, aus der Haut, aus dem Feld. Okay. Was du vielleicht finden kannst du teilen? Vielen Dank für den Kindleut, für den Bär da hinten, der Süße. Wir haben uns auch gefällt. Okay, jetzt geht's ja.